Hier sind wir im East. Hier gibt es asiatisches Essen. Mittag und Abend ist das gleiche. Hier kann man sich eine Suppe selber zusammenstellen. Man nimmt sich hier Knoblauchschaf, hier die Nudeln, alles was mir in der Suppe gibt. Und dann gibt man es hier einfach auf, er kocht es ja noch einmal auf, dann hat man eine frische Suppe. Und hier von den Rohnsachen, die Rohnsachen kann man sich hier auf den Denner geben, gibt es hier rüben ab. Und die braten das und man kriegt dann so ein Fieber, wo es einbringt. Na, das ist echt super schön. Und hier hat man dann auf der Seite verschiedene Soßen, wo man dann die Soßen dann ausbrechen kann.